Ein Timer, der jetzt nicht so groß ist, lässt ihn einfach laufen die ganze Zeit und dann ploppt er die Sachen raus. Und dann sortieren wir es aus. Das direkte Mühle kann, sind so. Cents oder so, die man agieren nur zum Fressen braucht. Irgendwas Werkzeugtechnisches, kann weg. Brauchen wir nicht. Und den Rest, was wir dann wirklich brauchen, safen, kisten. Und dann ist gut. Ach ja, der Server war aus, deswegen ist kein Portal mehr da. Machen wir mal da hin. Obwohl, da ist auch Gloucester. Aber ich will mich da hoch. Ich will nie so weit irgendwo hingehen oder so. Hier ist aber so kein Allgemein Gloucester für uns. Hepp. Das kann ich nicht in der See packen, weil es ein bisschen Agro auf uns, weil wir seine Freunde gekillt haben. Was bist du denn? Alter, Endshaft. Du bist blind, so plenty phantom. Eine ghast, ghastly soul. Ich will mit hier nicht kuscheln. Geh weg. Keine Ahnung, was das für ein Mob war. Kann die Feuer auch noch nicht. Oh, das brauchen wir nicht ab. Dann werden die kleinen Stinker ein bisschen aggressiv. Da ist Gloucester und da kommen wir eigentlich auch sogar relativ ganz gut hin, wenn wir uns über die Decke hantieren. Da ist Lava, die schwebt. Schau mal, dass wir vielleicht über die Decke kommen. Ah, schau mal einer. Da ist sogar auch noch mit Stone. Ich bin ja auf das Schwert. Das Schwert. Was ich nicht mal weg, brauche ich nicht. Was ich brauche, ist da vorne. Dass das ein friedliches ist, wisst. Ja, ich glaube bei uns ist es ja bei Lenny, der mit Formkraft herhandiert. Ich glaube den haben sie angegriffen beim letzten Mal. Ich glaube das hängt auch was mit Magie zusammen. Sogar nicht laut. Nö, nö. Achso. Gut, die Hälfte ist jetzt wieder runtergefallen. Macht aber nichts zu kommen. Wenn wir ein bisschen finden, so ein, zwei Stacks ist auf jeden Fall gut. Da haben wir schon mal was, was ich wirklich brauche. Und wenn wir dann halt eine Curve hier durchziehen. Oder die Witches. Oder bitte Scrapboxen, wo es gut auskommt. Denn das ist auch ein Thema, da brauchen wir uns gar nicht so sehr drum kümmern. Dass wir das auf eine Massenweise brauchen. Schau mal, ich kann da. Ja. Ich glaube das hat sich schon gelohnt. Wiz, da bleiben. Gehen wir noch rüber. Ich könnte ja normalerweise sagen, zack, zack, zack. Kann ich, nein, die kann ich jetzt natürlich nicht rein. Was ich mir schon gedacht habe. Aber. Ich kann mich hier ein bisschen durchbuddeln. So, komm schon. Wenn ich runterfallen sollte, muss ich schnell den letzten Slot wählen und an die Portal Gun gehen. Ah, damit ich da weggeschossen werde. Ah gut. Das habe ich natürlich jetzt nicht im Ünter. Komm schon. Ah, davon ist es schon sauber. Jetzt wären wir nie hier oben gewesen. Zack, 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 zack. Und. Da war jetzt keine Lava, oder? Ne. Ich dachte schon, hier hat da Lava gesehen. Okay. Es war ein Block runter, da so hier war ich so eine Schwinde. Dann zerstören wir alles und dann gehen wir einfach hier runter und dann. Was ist das so? Oh nein, ich kann nichts mehr aufsammeln. Ich muss auf jeden Fall mehr Gloucester mitnehmen als das ganze Zeug hier. 24. Okay. Ja, jetzt wird es natürlich ein bisschen bränzlig für uns. Okay, das kann ich auf jeden Fall noch mitnehmen. Okay. Ab wieder. Nach Hause. Die löschen wir mal hier, falls nicht irgendeiner durchspringt und dann einfach stirbt. Wäre jetzt nicht so ganz geil. Ich glaube, wir haben da oben. Ja. Oh, ich habe mich schon wieder gelassen. Zack. Äh, Tanks. Tanks, 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 Tanks. Weibend Glas. Da. Quats, Gas. Und ich glaube, es war ein... Ne. Ach, Kinders, Kinders, Kinders. Ach, Whetstone. Whetstone war es. Haben wir noch. Das würde ich mich gerne interessieren. Auch wenn wir noch Whetstone haben. Das ist irgendwann auch alle. Hier so eine Soul. Und die Steine brauchen wir gerade auch nicht. Ich bräuchte noch eine Workbench, ne? Ich mache mir noch mal eine. Ich habe keinen Platz im Inventar. Schauen wir mal. Schauen wir mal eben hier. So. Äh. Achso, er ist dabei. Ah, ja. Okay, zwei Stück. Haben schon wieder eine halbe Stimme genommen. So, da vier. Okay. Die stellen wir da hin, oder? Warum lebt ihr eigentlich die ganze Zeit noch? Jetzt kriege ich schon wieder. Ach, Mann. Wo kommen die denn immer her? Oh. Tun wir mal kurz sortieren. In der Angelegenheit. Ähm. 16k. Jetzt brauchen wir, glaube ich, die blauen. Ich brauche noch Glas in der Mitte. Den, den, den. Und den Glowstone. Ich frage, ja, ich nehme die Hälfte mal hier raus. Haben wir noch ein 16k? Wollen wir den in die anderen gepackt? Ach, da ist die andere. Ne, das ist die, die ich hatte. 16k Storage? Wer are you? Eine ist da. Da ist die andere. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Äh. Redstone fehlt. 1, 2, 3. So. Was ist denn hier los? Nö. Die Läser haben wir so drin, die Musik. Okay. 1, 2, 3. Äh, ich glaube, ja, die Items wollen zu mir. Ich habe ganz vergessen die Crystals. Nein. Nein. Ach, verdammter Mist. Ich sag jetzt nicht, dass das meine Schuld war. Das System hat mich dazu gezwungen. Fah. Verdammt. Was man da wirklich immer beistimmen muss, dass die auch nicht despawn. Ach, Mann. Seitdem wurden wir despawned. Aber die Fertigen tun despawned. Das ist beschissen. Ja, Mistkacke. Okay, wir haben jetzt. Wir machen eine 64er K. Jetzt haben wir sie gleich. Zack. Da brauchen wir einen Prozessor. Den haben wir sogar da. Und wir haben eine 64er K. Storch. Nice one. Guck mal, was ist denn hier raus? Glas. Was ist denn so? Ja, so ein Casing ist genau das gleiche. Naja. Redstone und unten Eisen. Zack. Unten Eisen. Redstone. Und Glas. Better than chest. Wupp, wupp. Okay. Rein mit dir. Und was soll ich mit dir jetzt machen? Ach, komm mal ganz ehrlich. Wo kommt ihr denn her die ganze Zeit? Das kann doch nicht wahr sein. Da kommt jetzt erst mal ein bisschen Material rein. Musst du erst mal jetzt wirklich Wasser reinwerfen. Das brauche ich nicht. Die Tanks, die können unten rein. Die Q. DE. Werkzeug.